Hallöchen, Popöchen und Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko, Mekko Dini ab heute und wir spielen Hogwarts Legacy. Ich heiß dich herzlich willkommen auf meinem Kanal, denn wenn du noch neu bist, dann lass dir jetzt mal ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst. Ansonsten verzauber ich deine Katze in einen Goldfisch, damit du Bescheid weißt. Haben wir uns verstanden? Leg dich nicht mehr an, ich bin mächtiger Zauberer, ok? So, wir sind im Verbotenen Wald und ja, wir sind auf der Suche nach einer Vogeltränke, da unten. Was? Hey! Komm raus, bevor ich dich... Ah, das Lampier! Achios, in Zentrum! Lumos! Achios, in Zentrum! Wir haben aber auch ordentlich in die Jagdgründe befördert, den Typen. Aber wir sollen jetzt da unten hin. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jagdgründer überraschend verlässlich. Oh Mann, Alter. Der dunkle Wald ist wirklich dunkel verboten. Hallo, Eile! Hallo, Eile! Wir sind ja froh sein, dass Jagdgründer so toll ist. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Da, genau wie Jagdgründer es beschrieben hat. In Zentrum! Wir sind ja froh sein, dass Jagdgründer so toll ist. Da soll ich reingehen? Hier draußen wird euch niemand hören. Renrock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Achios! Au revoir! Au revoir! Achios! Diese Anhänger werden Renrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jagdgründer mich geführt hat. Gott! Hallo! Ja, Hartburg ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Oh Mann! Okay, krass. Ja, äh, Cheerio erst mal. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Wir sehen das Blut hier alle, oder? Ja. Wenn ich auf das Symbol schieße, leuchtet es. Aber nicht lange. Ich muss alle drei entzünden, bevor sie wieder ausgehen. Oh Mann! Dorthin muss das alles führen. Oh Mann! Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Wir müssen nach der Leiche von ihm ausschalten. Warum ist hier eigentlich überall Blut? Das finde ich nicht gut. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Was ist hier? Dann bin ich hier auf der Leiche von mir. Ich bin mehr Freunde. na ich weiß wie lange geht es weiter aber da ist auf jeden fall eine truhe warum schon her Da ist nur noch die eine, ne? Okay, wie kann die mich jetzt sehen, das ist doch auch nicht fair, oder? Die fasse ich nicht an. Jetzt. Oh man. Ihr wisst, dass ich böses ahne, ja? Okay, Glück gehabt. Nichts böses. Schade, dass aus so einer Truhe was schlechteres rauskommt, als man hat. Ob ich die Plattform irgendwie verschieben kann? Und die aufhören mich zu erschrecken. Ich hätte gedacht, dass Jackdor an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Achio! Na? Ich bin froh, dass Richard Jackdor mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Kann ich jetzt hingehen und Reparo machen? Das wäre interessant. Wie geil. Was habe ich denn da jetzt mal verwirrt? Und die haben wir aufgemacht, ne? Ja, ja, ja. Na dann. Ich komme jetzt zum Nürz. Incentive! Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Reveille. Boah. Bemerkenswert. Bemerkenswert. Reveille. Ich muss jetzt aufpassen. Wo der Typ liegt. Wo der Typ ist. Ein besonderes Mann. Wie lange Sie jetzt? Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Im Moment! Wenn ich ein bisschen kommunalierde. So großartig. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Das beunruhigt mich ja noch mit am meisten. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Oh Mann, ich ahne ja nichts gutes. Bin ich ja ganz ehrlich. Ach du Scheiß. Oh Mann. Ja. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt gerne Spur von ihm. Ja. 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 Ist noch nicht vorbei. Kann ich speichern? Natürlich. Natürlich geht das nicht. Lägen. Achio. Intendlich. Protego. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat, aber wo kann er sein? Okay, einmal gucken. Gibt es da was, was mich verbessert? Nö. Gucken, ob wir irgendwo grüne Sachen haben, die wir zerstören können. Ja, das reicht erstmal zum Zerstören. Und trägt ein neuer Hut. Warum ziehst du mich jedes Mal um? Ich verstehe es nicht. Der ist schon mit am schönsten, ne? Auch wenn der geiler ist, weil der eine blaue Mütze verwendet hat. So, kann ich jetzt speichern? Weil jetzt sind wir ja nicht mehr im Kampf. Ja. Okay. Okay. So. So. Mal ein kurzer Break. Kurzer Brug. Aber dadurch kann man nicht. Wir müssen vorne rum gehen. Bläh. Ja. Ja. Hallo, Akio. Im Übelchen. Ähm. Nur mal zur Info. Ich hab... Oha. Inzentrum. Woher geht's? So. Im Übelchen hab ich ja am... Etriticus Totalus. Was war das? Etriticus Totalus? Ah ja. Etriticus Totalus. Im Übrigen hab ich ja am Anfang erzählt, dass man eine RGB Funktion hat. Im Spiel. Also sprich, wenn du auf Einstellungen gehst und gehst hier auf... Was? Das ist alles Ultra. Nö. 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 Was denn? Nein. Nö. 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 Ich glaube... Kann man hier aber was ausschalten? Nö. 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 hier nicht hier auch nicht rgb da guck mal es macht einfach nichts also auf der tastatur das macht nichts ich hab's jetzt ausgemacht aber es ist immer noch an dann gehe ich jetzt mal in razer in die razer central starte mal razer synapse super profiler synapse ist das überhaupt wieso visualizer makro studio ich glaube studie uns noch connect da genau kurz länger sie steuert das jetzt jetzt kann ich in razer ich zeige euch dass man eben kurz wartet damit ihr das seht monitor also in razer connect könnt ihr das ausschalten zusätzlich weil es macht einfach nichts ändert nichts es ist total sinnlos und ich habe es jetzt wieder auf normal wir gehen jetzt also wieder ins spiel und ich habe sogar gehört dass es bei manchen dazu führt dass man fps probleme hat weil das schlecht programmiert ist dementsprechend wenn ihr mal problemchen habt damit dann schmeißt die kacke raus weil als hat keinen sinn oder wenn es sinn hat dann erklärt mir bitte ich habe es irgendwie nicht gereilt weil bei mir passiert einfach gar nichts also gar nicht sehr gründlich habe nicht das gefühl dass jack tor hier war seltsam ich hätte gedacht dass jack tor ich habe das gefühl dass jack tor gar nicht hier war meine freunde die kummer anlassen hier ist aber es gibt keine spielkommission ach hier Oh, nun müsste ich auch mit. Der Kunde Meli ruft gerade an, Freunde. So, da bin ich wieder. Meli ist gerade arbeiten und hat jetzt in ihrer Pause gerade angerufen. Deswegen tut mir leid. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Jetzt habe ich schon wieder eine neue Brille. Ich habe doch gerade erst eine bekommen. Wie viel besser? Ich verstehe das mit den Verbesserungen nicht. Wie sehe ich denn jetzt aus? Halt! Stopp! Was ist das denn? Vier Augenbrille. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, wir bleiben bei Harry Potter. Harry Potter brille. ...so. Wie komm ich denn da jetzt denn? Ähm, ja. Oh, ich glaube, wenn man da langs, ja, wenn man hier rein springt. Eine unberührte Truhe? Ja, da war bei seiner Suche hier nichts. Ich schau wieder was für's Gesicht. Na, das gefällt mir. Boah, auf 41. Heftig. Schön, um alles zurück transmutifizieren. Ach hier. Ich würde sagen, wir fahren mal zurück und gehen den Weg dann. Schon ziemlich geil, ne? Also, das Spiel ist einfach so gut gemacht. Alleine das hier, ne? Das sieht so fett aus, ey. Wir sind von hier gekommen, Freunde? Ne, wir sind von da gekommen, ne? Okay, hier kann man noch lang hier unten. Okay, hier ist ja nur das, wo wir waren. Da ist doch jetzt tatsächlich lang. Dann. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Die können wir schon nicht enthauptet haben. Was los, ihr Kackeimer? Ach. Ach du. Okay. Ach hier. Incendium. Mach's gut, Monster. Seit Jack and Sierra haben sich diese Spinnen sicher rasant vermischt. Also, der Zauber, der war auch richtig nice, oder? Einfach herangezaubert, klein gemacht und plattgequetscht. Geil. Also, fand ich nice jetzt. Fand ich ziemlich gut. So, ist das der eisige Hauch, von dem er gesprochen hat? Alter, guck dir an, wie schön das ist, ne? Na ja, erstmal bei Wallpaper Engine gucken, ob es ein schönes Hintergrundbild zur Hogwarts Legacy gibt. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Sprache von ihm. Ich muss mich nach den Symbolen umsehen. Der Geist verarscht uns doch, Freunde. Der Geist verarscht uns doch von vorne bis hinten. Ja, hier ist überall Blut. Überall ist Blut. Überall. Und nicht nur ein bisschen. Wir reden hier nicht von einer kleinen, vom kleinen Klecksi Blut. Wir reden hier von... Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. ...tonnenweise Blut. Und an die Seiten. Oh ja. Vielleicht verarscht er uns doch nicht. Oh Gott. Das sind viele. Und ich habe meine scheiß Zauber für Dings verschwendet. Für die... Okay, wir haben gespeichert. Sieh mal an. Richard Jackdaw. Schade. Diese Splitter sind wohl die Überreste von Ollivanders Zauberstab. Wenigstens kann ich die Seiten nehmen. Hm. Vielleicht sollten wir das auch lassen mit den Seiten. Eieieieiei. Hallo. So. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Hm. Und hinter diesem Raum noch etwas? Achir. Protego. Incentiv. Nebios. Achir. Nebios. Dann brauchen wir die müssen. Achir. Jetzt brauchen wir die todos alle Platz. Achir. Incentrum oh man hallo schönen guten Tag der nächste jetzt auch noch 2 davon ok warte er hat gesagt ich solle hin entwaffnen warte entwaffnen ist das hier der zweite Zauber der verkackt wegen dieser scheiße hier entwaffnen ok schweiz ufff warte Jetzt nur noch du und ich, mein Freund. Das ist unheilig. Was war denn das? Das war Aua. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Wo bin ich? Oh nein, der Raum wird ja beflutet. Werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Wo bin ich hier? Ich will nicht in die Mitte. Oh Gott. Freunde. Leider werdet ihr jetzt nicht mehr sehen, wie es hier weitergeht. Denn wir sind schon bei 36 Minuten, ihr Schlingel. Ihr habt euch einfach nur 6 Minuten ergattert. Aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Hogwarts Legacy. Haut rein. Okay, so anche wenn wir uns in dem nächsten Mal, wenn es dabei geht.